Willkommen in der Welt von VITOS. Wir, das sind VITOS Herborn und VITOS Weilan, behandeln Erwachsene, Kinder und Jugendliche in psychiatrischen, psychosomatischen und neurologischen Kliniken. Wir verfügen auch über ein Pflegezentrum sowie Einrichtungen für Menschen mit chronischen seelischen Erkrankungen. In unserer Schule für Gesundheitsberufe bilden wir die Pflegekräfte der Zukunft aus. VITOS Herborn und VITOS Weilan sind Teil des starken und gesunden VITOS-Konzerns. Dieser betreut jährlich rund 43.000 Menschen stationär sowie 174.000 Teilstationär und ist an über 65 Standorten vertreten. Für mich als Personalreferentin ist es schön zu wissen, dass die Entscheidungen im Bewerbungsverfahren von den späteren Vorgesetzten getroffen werden. Das kann einmal der ärztliche Direktor, aber auch die Pflegedirektion sein. Diese werden auch mit Ihnen die Vorstellungsgespräche führen. Wir als Personalabteilung sehen uns als Begleiter für Sie im Bewerberverfahren, aber auch als Begleiter, wenn Sie Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind. Durch das digitale Bewerbermanagement sorgen wir für eine zeitnahe und damit auch wertschätzende Bearbeitung Ihrer Bewerbung. Gleichzeitig stellen wir aber auch den Datenschutz sicher. Das heißt, Sie können sich jederzeit sicher sein, dass Ihre Daten in den richtigen Händen sind. Wir als VITOS unterscheiden uns von anderen Arbeitnehmern in Hessen, da wir einen wichtigen Teil der Daseinsfürsorge für Menschen in diesem Land erfüllen. Das Land Hessen hat uns als gemeinnützigen Arbeitgeber eine Aufgabe zukommen lassen. Wir widmen uns dem Gemeinwohl. Unsere gemeinnützigen Gesellschaften gehören zu 100 Prozent dem Landeswohlfahrtsverband Hessen. Wir investieren alle Einnahmen in die Erfüllung dieser gemeinnützigen Ziele und deshalb stehen bei uns die Patienten und die Mitarbeitenden ganz klar im Mittelpunkt. Um diesem Auftrag und den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, haben wir uns Ziele gesetzt und Werte geschaffen. Die Unternehmenswerte von VITOS bringen auf den Punkt, was uns wichtig und wertvoll ist. Fachliche Expertise und Menschlichkeit. Eine zugewandte Haltung und Offenheit nach innen und außen. Als Team sich gemeinsam für den Patienten oder Klienten engagieren. Transparenz bei Entscheidungen. Folgendes aber liegt uns ganz besonders am Herzen, dass wir jedem Mitarbeiter die passende Unterstützung dafür geben und verlässliche Strukturen dazu schaffen. Dies gelingt uns durch unsere Fachkliniken mit geregelten Prozessen und den multiprofessionellen Teams. Diese ergänzen, unterstützen und entlasten sich gegenseitig, damit der Patient im Mittelpunkt steht.